Liebe Inseeme Zürich Freunde, mein Name ist Berna Brändli und ich bin Inseeme Reporter. Als Inseeme Reporter können wir viele spannende Reportagen machen. Vor kurzem haben wir ein Interview mit Peter Marvey, einem erstklassigen Zauberer, machen können. Tja, da auch wir jetzt zu Hause bleiben müssen, habe ich gedacht, ich zeige euch auch mal einen kleinen Zaubertrick, den ich von ihm gelernt habe. Und zwar, wir haben hier eine normale Zängernote. Wenn ich sie jetzt auf eine ganz spezielle Art vorfalte, und zwar zweimal die Länge nach, einmal zweimal, und die dann mit ein bisschen Konzentration auf meinen Finger legen, kann die Note schweben. Ich wünsche euch viel Spass. Bleibt weiterhin zu Hause, haltet durch, es geht nicht mehr lange. Und wir sehen uns dann schon bald wieder in meinem Inseeme Treff. Viel Spass und bleibt gesund!